Warum sind Kellogg's Cornflakes so einfach natürlich im Geschmack? Ja, wenn ich schöne frische Kellogg's Cornflakes esse, mit ein bisschen Milch darüber, dann fühle ich mich einfach fit. Das knackig frische fand ich immer und finde ich immer sehr schön. Mir schmeckt es also einfach eben, so wie ich auch bin vielleicht. Also wunderbar, einfach und ohne Schnörkel. Wenn man in die Kellogg's Cornflakes reinbeißt, dann sind sie richtig knackig. Knackig. Kellogg's Cornflakes. Einfach natürlich. War gut, ist gut, bleibt gut. Ja.